servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal in dieser woche hat es geendet world of warcraft remix mists of pandaria ist vorbei in diesem video wollen wir uns kurz ein paar community reaktionen anschauen denn tatsächlich ganz witzig auf vielen servern haben die spieler quasi verabschiedungen gefeiert für mop remix bevor wir damit anfangen noch eine kleinigkeit von meiner stelle aus ein kleines fazit als remix angekündigt wurde fand ich die idee dahinter ziemlich cool muss ich sagen war dann aber überrascht wie viel spaß es tatsächlich beim spielen gemacht hat letzten endes hängt es natürlich davon ab wie man selber gespielt hat und was man gespielt hat es wurde ein bisschen eintönig wenn man die ganze zeit dungeons gepusht hat aber ich fand es sehr sehr cool für neue spieler das addon noch mal zu erleben b man konnte sich sehr gut chance auf level 70 spielen man konnte viel viel sammeln viele mauns viele transmogs das war mega cool und was mir vor allem gut gefallen hat weiß ich du konntest dich einfach einloggen egal ob du zehn oder 15 minuten oder vier stunden gespielt hast du hattest das gefühl du kommst trotzdem ein bisschen vorwärts und du hattest nicht diesen zwang den man manchmal in retail fühlt von wegen ich muss jetzt dieses und jenes unbedingt machen und so weiter das hat mir sehr gut gefallen also alles in allem daumen hoch für remix und ich hoffe dass das ganze irgendwann noch mal wieder kommt gucken wir uns damit die ja kreativsten verabschiedungen der spieler an wir sehen hier haben spieler ihre goldene wolkenschlange gespammt also ich will nicht wissen wie viele das sind aber wo hatten wir denn das schon mal ich glaube beim diap genau bei dem ne hearthstone event war das immer bevor ein boss gespawnt ist haben die leute paraden auf ihren mounts gemacht und das war jetzt im remix auch wieder der fall hier haben viele zur verabschiedung die goldene wolkenschlange gespammt sehr sehr schönes mount wenn ich das so sagen darf hat mir gut gefallen hier steht auch noch mal dabei das war nachdem remix geendet hatte in sturmwind die ganzen remix chars sind ja dann rüber gekommen und da haben sie dann auch noch mal quasi ein bisschen gefeiert so in etwa das war während remix noch lief auch da viele spieler mit dem gold drachen und da haben sie sich alle vor dem horde schreien versammelt und vor dem eingang einen halbkreis gebildet und ja sich damit auf diese weise verabschiedet finde ich ganz cool aber das coolste bild kommt wie gesagt oder kommt noch das kann ich auch definitiv sagen und zwar dieses hier das fand ich sehr eindrucksvoll glaube müssten alles wolkenschlangen sein wenn mich nicht alles täuscht wir haben die vom schar des zorns es ist schar des zorns ich bin mir nicht hundertprozentig sicher wir haben die elegan wolkenschlange wir haben die goldene wolkenschlange also es sind ganz ganz viele dabei und auch hier sehen wir anhand der farbe das müsste der horde schreien sein wo sich die spieler versammelt haben um noch mal abschied zu nehmen finde diese diese ansammlung von mounts sieht immer sehr sehr cool aus und erinnert mich so ein bisschen an früher wo du weiß nicht in og rum standst und jeder hat sich auf sein coolstes mount gesetzt und war dann afga so in etwa aber es sieht schon ganz cool aus hat was finde ich persönlich und hat auch gezeigt dadurch dass es auf ziemlich vielen servern war was ich so auf reddit gesehen habe den leuten hat remix scheinbar ziemlich gut gefallen dem kann ich mich nur anschließen würde mich freuen wenn remix irgendwann noch mal wiederkehrt in welcher form auch immer aber warten wir es mal ab damit danke an euch fürs zusehen schreibt gerne in die kommentare wie euch remix gefallen hat und bis dahin habe eine gute zeit reingehauen